Hallo, ein wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem Video Nr. 49 zum Thema EVE Online. Wir befinden uns jetzt inzwischen bei dem letzten Karriereagenten, nämlich den Herrn, wie spricht man das aus? Irmori? Okay. Wir schauen mal, was wir machen sollen. Wir müssen Feldschwabe sorgen. Okay. Suchen Sie das Asteroidenfeld auf, zu dem Ihr Agent Sie geschickt hat und bauen Sie dort 1.000 Einer in Feldschwabe ab. Erz, das an einer Handlungsposition abgebaut wurde, wird nicht akzeptiert. Okay. Bringen Sie das Erz zur Position des Agenten und transferieren Sie es von Ihrem Erzfrachtraum im Gegenstand zahlen, um das Mission zu erfüllen. Okay. Das ist jetzt nicht so die Herausforderung. Ich denke, das kriegen wir hin. Wir akzeptieren die Mission. Wir haben einen Gegenstand bekommen, nämlich einen Miner. Den möchte ich ganz kurz jetzt auch noch schnell ausrüsten, weil den Civilian Miner brauchen wir nicht. Es ist nämlich so, wir haben hier einen Miner 1 und ich glaube, ich habe im Vorbeigehen irgendwo eben noch einen gesehen. Da, das ist nämlich deutlich besser, wenn wir das so machen. So, wir docken ab, liebe Leute. Ja, in der Zeit, wo wir abdocken, möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken bei dem ganzen Support, bei den Kommentaren oder für die Kommentare. Für inzwischen jetzt 93 Abos, also fast 100. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank für das Feedback, was ihr mir immer gebt, um auch noch mal reagieren zu können, wenn irgendwas nicht so gut war. Ja, ich habe ja schon mal in einem Video gesagt, dieses Feedback, das braucht man, weil sonst kann man nichts verändern oder nichts verbessern oder vielleicht was anders machen oder vielleicht auch genauso weitermachen, wie man es gerade macht. Und deswegen nochmals vielen, vielen Dank für diesen Support. Freue ich mich sehr drüber. So, jetzt fahren wir aber ein bisschen bzw. fliegen ein bisschen. Feldspar abbauen. Da ist er. Na, guck mal, den können wir auch direkt aufschalten. Und die Miner haben eine Entfernung von 10 Kilometern. Da können wir also jetzt ganz entspannt mal eben felschbar abbauen. So, Frachtraum mal öffnen. Oh, wir haben noch Tritannium mit drin. Auch gut. Ist aber egal, die beiden Frachträume haben auch nichts miteinander zu schaffen. Wir brauchen hier felschbar. Im Erzfrachtraum halt. Das ist der Punkt. Das hat nichts mit dem Frachtraum hier, wo das Tritannium drin liegt, zu tun. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Der Charakter hat jetzt irgendwie nicht so die Megaskills im Bereich. Eigentlich gar keine. Großartig im Bereich Abbau. Vielleicht mal so zur Information, für die, die es nicht wissen, so ein Circle hier, also eine Umdrehung, wenn der... Hä, das war es schon? Ach ja, 1039, genau, okay. Also dieser Circle, wenn der sich einmal rumdreht, hier der Balken, der wächst, das ist immer 60 Sekunden beim Abbau. Ja, wir haben unsere 1000, über 1000 Einheiten. Wir docken also an. So, da sind wir wieder. Andockerlaubnis erbeten. Andockerlaubnis erteilt. Gut, dass ich das diesmal richtig gelesen habe. Nicht, dass ich wieder irgendwo in Asteroidengürtel geflogen wäre und hätte das irgendwo abgebaut. Na ja, wir hätten es eigentlich gar nicht machen müssen, ne? Ich habe ja hier auch noch 4000 Einheiten, aber wie gesagt, wenn er sagt, er akzeptiert es nicht, dann war wieder die Bedingung, dass wir zu der Position fliegen müssen. Und das haben wir dann damit jetzt auch erledigt. So, jetzt müssen wir das Ganze tatsächlich in den Gegenstandshangar packen. Und aus dem Frachtraum heraus... So, einmal rüber damit. Im Endeffekt macht es keinen Unterschied. Jetzt können wir das Gespräch beginnen. Und die Mission auch schon abschließen. So, das war Mission 1 von... Welche Mission ist denn überhaupt? 1 von 10 auch, genau. 1 von 10 bei dem Karriereagenten Industrie. Das heißt, wir haben jetzt noch 9 Missionen vor uns und das sollte jetzt auch relativ zügig dann erledigt sein. Schauen wir mal, was wir im nächsten Mal noch so machen müssen. Oh, wir bekommen noch eine Venture. Beschaffen Sie diese Ware. Ah, okay. Das wird wieder so eine Mini-Mission. Diese ist jetzt auch nicht so lang, aber es wird wieder so eine Mini-Mission. Ich gucke mal, dass ich die im Verlauf des Tages heute noch mit rein stelle. In diesem Sinne, lieben Leute, vielen Dank nochmals. Und vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Vielen Dank für die Abos nochmal. Und an dieser Stelle wie immer, fly safe. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.